Musik Wir sind heute am Campus. Wer sind Sie? Ich bin Thomas Hartmann, bin Hausmeister hier am Unicampus. Vorbeiter von einem gewissen Bereich mit mehreren anderen Häusern noch. Dazu geht der Campus, der Bereich Bau 13 drüben, Ernstabplatz Nummer 8 und noch verschiedene andere Gebäude hier in der Nähe. Seit wie vielen Jahren sind Sie Hausmeister am Campus? Ich bin jetzt fast exakt seit 21 Jahren hier am Campus tätig. So quasi von der Eröffnung mit an. Man kennt ja quasi jeden Winkel, jedes Räumchen, jede Ecke und jede Schraube. Wie sieht der typische Tagesablauf aus? Der typische Tagesablauf ist um 6 Uhr Beginn früh, wegen der Container, die um 6 Uhr draußen stehen müssen. Und danach gewisse Reparaturarbeiten, gewisse Aufbau- und Abbauarbeiten für Veranstaltungen wie jetzt hier im Foyer. Reparaturarbeiten in den Seminarräumen, in den Hörsäen, weil wir da nur bis um 8 Uhr rein können. Deswegen früh um 6 Uhr Arbeitsbeginn. Danach war es dann in den Sekretariaten, in den Büros, Aufträge abarbeiten, sei es Reparaturarbeiten, sei es Schreibtischaufbauarbeiten, Möbelaufbauarbeiten. Das ist ganz verschieden, ganz bunt gemischte Palette. So wie die Aufträge einkommen, per Handy oder per Mail, werden die dann abgearbeitet. Und das zieht sich über den ganzen Tag hin. Winterdienst im Moment ist ein ganz großes Thema. Da müssen wir dann dranbleiben, den ganzen Tag. Da kann es schon mal sein, dass da viel Zeit in Anspruch genommen wird. Und dann muss eben alles andere dann halt ein Stöchchen warten und dann wird das eben hinterher dann abgearbeitet. Wie viele Personen sind beschäftigt im Hausmeisterservice, hier am Campus und insgesamt an der Uni? Hier am Campus sind wir drei Kollegen. Ich persönlich habe in meinem Vorbaderbereich acht Kollegen und eine Kollegin. Insgesamt möchte ich jetzt ungefähr schätzen, sind wir 30, 33 Kollegen in den zwei anderen Vorbaderbereichen noch. Wie viel Umgang haben Sie mit Studierenden? Mit Studierenden haben wir öfters umgegangen, sei es, wenn wir Seminarräume umbauen für verschiedenst zuständische Veranstaltungen oder eben hier im Foyer für Veranstaltungen, wie in dieser Ecke, jetzt in dem Bereich, wo wir uns befinden, dass dann eben gewisse Erhebungen stattfinden, die für Studenten sind. Dort haben wir viel mit Studenten zu tun, die auch dann zu uns treten. Ob wir dort und dort in dem Seminarraum oder Hörsaal mal was machen können, weil das und das mal schnell gebraucht wird. Und so haben wir öfters Umgang mit Studenten hier im Haus. Wie kann man Ihre Arbeit erleichtern als Student? Dass zum Beispiel uns die Tür aufgehalten wird, wenn wir mit schweren Werkzeug, mit großen Leitern oder dann aus dem Haus raus oder auch rein wollen. Das wird meist nicht gemacht oder von den wenigsten. Wird eben einfach weitergelaufen. Das würde uns manches erleichtern. Manches erleichtern würde uns auch, wenn wir hier was aufbauen für Veranstaltungen, für Tagungen jeglicher Art im Foyer. Wir sind mit Aufbauen fertig und dann rücken sie alle raus aus ihren Hörsälen, setzen sie hierher, verschieben alles, nehmen sich mobiliar wieder woanders hin, Tisch und Stühle, dann fehlt es wieder, wenn die Aussteller oder die Nutzer kommen, die Veranstaltungsteilnehmer, dann fangen wir wieder an mit Aufbauen oder alles recht zu schieben oder nachzubestücken. Aber das ist das Problem mit dem Haus. Das ist so, das ist auch sicher schwer wegzubekommen. Damit leben wir. Aber es würde sicher manches erleichtern, wenn das so nicht wäre. Aber es ist okay. Wir haben gerade unser Campus-TV-Banner angebracht. Worauf sollten wir achten, wenn wir unser Banner anbringen möchten? Dass genug Ösen dran sind, damit wir das ordentlich befestigen können. Weil wir haben das schon zu verschiedensten Erfahrungen gemacht, dass wir Banner ohne Ösen bekommen oder mit zu wenig Ösen. oder dass eben die Gummierung dieses Banner, das Material des Banners sehr, sehr stark ist. Dass es bei jedem Wind und Wetter auch hält draußen. Wir haben auch schon Bereiche der Nutzer bekommen. Oder kamen zu uns mit Bannern aus Stoff oder aus Pergamentpapier. Wo wir sagen, das geht so nicht. Das können wir zwar aufhängen, aber das hält nicht lange. Das reißt dann ein bei dem kleinsten Wind und das geht so nicht. Also wie gesagt, genug Ösen und es muss ein wirklich harter, gummierter Stoff oder Material sein, was aber die meisten Banner ja sind. So gummiert, was ja bei jedem Wetter dann aushält. Wir waren gerade in diesem Keller gewesen, wo eine Sammlung an Bannern ist. Wie lange sind so die längsten Banner im Archiv, bis sie abgeholt werden? Da kommt schon manchmal bis zu einem Jahr zusammen, die dann aufbewahrt werden. Eigentlich sollten wir die Kürze aufbewahren, aber wir lassen es eben noch und erheben es noch auf, weil es kommt dann halt auch vor, dass die Nutzer des Banners nach einem Jahr kommen und dann fragen, ob sie ihr Banner abholen können. Wir müssen erst mal wieder recherchieren, wo das ist, was da drauf stand. Und da ist es eigentlich immer sehr ratsam oder sollte sein, dass es eben nach einer Woche wieder abgeholt werden müsste und sollte. Aber bis zu einem Jahr kann es zum Teil dann schon dauern, bis dann jemand kommt. Was ist das Schönste an Ihrer Tätigkeit? Das Schönste an der Tätigkeit ist hier eigentlich, muss ich sagen, die Vielseitigkeit. Es wird nie langweilig, es ist immer irgendwas los in dem Gebäude, aber auch in den anderen Gebäuden. Sei es Veranstaltungen aufbauen, sei es für Tagungen, Kongresse aufbauen, aber auch ganz individuell mit den Nutzern hier im Haus, mit den Instituten, mit den Sekretariaten, mit den Mitarbeitern, auch mit den Professoren. Das ist sehr interessant. Da gehen wir gerne hin, weil wir auch hinterher viel Wertschätzung erfahren von den Nutzern. Wenn wir dort sind und etwas operieren oder etwas umbauen oder etwas aufbauen, seien es nur einfache Dinge, wie mal das Licht austauschen, weil es kaputt ist, sind dann immer so glücklich und dankbar. Also sehr freuen, so kommt man auch mal ins Gespräch und dort entwickelt sich dann auch ein wirklich schönes, enges Verhältnis und das macht Spaß. Auch in anderen Häusern, wenn man da Anrufe oder auch Mails bekommt, dahin zu gehen, einfach mit den Menschen umzugehen, Menschen zusammenzuarbeiten, auch neue Menschen kennenzulernen, ist eine unheimlich spannende und schöne Aufgabe. Amen.